Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir meine besten tragbaren Bluetooth Boxen, um die Musik einfach immer überall dabei zu haben. Die Boxen bewegen sich hier preislich zwischen 199 Euro und 24 Euro. Von großen Boxen bis zu kleinen, handgroßen Boxen. Du wirst hier sicher eine Variante finden, die zu dir passt. Die Boxen habe ich sehr sorgfältig ausgewählt und jede dieser Musikboxen verfügt über eine sehr gute Qualität. Lass uns also direkt mit der ersten und größten Musikbox beginnen, der GBL Extreme 2. Das ist die größte Box aus meiner Vorstellung, welche auch am leistungsstärksten und lautesten ist. Du hast hier nach einer Akkuladung eine Musikwiedergabezeit von 15 Stunden. Du kannst dich hier einfach mit deinem Smartphone oder Tablet per Bluetooth mit der Box verbinden und hast du deine Lieblingsmusik, ganz egal wo du bist. Beim Musikhören kannst du auf dieser Box auch die Bassvibrationen beobachten. Zudem hat die Box einen USB-Port, sodass du sie auch als Powerbank zum Aufladen deines Smartphones oder Tablets nutzen kannst. Du kannst die Box auch ins Wasser eintauchen, ohne dass sie davon Schaden nimmt. Die GBL Extreme 2 gibt es in den Farben Schwarz, Blau, Camouflage, Grün und Rot und sie kostet 199 Euro. Kommen wir als nächstes zu dem Anka Soundcore 2 Lautsprecher. Du hast hier eine Wiedergabezeit von bis zu 24 Stunden, das entspricht etwa 500 Musiktiteln. Die Box selber ist mit 360 Gramm auch ziemlich leicht und daher auch vor allem für unterwegs sehr angenehm mitzunehmen. Die Lautsprecher haben einen großartigen Klang, sind stylisch designt und sind zudem auch IPX7 wasserdicht. Sie sind also vor Regen, Staub und Schnee geschützt. Den Anka Soundcore 2 Lautsprecher gibt es in Schwarz, Blau und Rot und er liegt preislich bei 41 Euro. Dann haben wir die Ultimate Ears Boom 3 Lautsprecher. Diese haben voll aufgeladen eine Wiedergabezeit von 15 Stunden. Mit diesen Lautsprechern lässt sich sogar schwimmen. Mit der IPX7 Zertifizierung können sie bis zu 30 Minuten vollständig in Wasser eingetaucht werden. Mit der Magic Taste auf den Lautsprechern lassen sich Titel wiedergeben, pausieren und überspringen. So kannst du deine Playlist navigieren ohne dein Smartphone rausholen zu müssen. Die Musikbox lässt sich mit einer separat erhältlichen Powerplate sogar kabellos aufladen. Die Ultimate Ears Boom 3 gibt es in vielen verschiedenen Farben wie Bengal Rot, Blaue Lagune, Dschungelgrün, Korallenrosa, Mitternacht Schwarz, Storm Grey und Ultraviolett und sie kostet 95 Euro. Als nächstes haben wir die Anka Soundcore Mini Lautsprecher. Das ist die günstigste, kleinste und kompakteste und handlichste Box dieser Vorstellung und sie hat eine Wiedergabezeit von 15 Stunden. Die Anka Soundcore Mini Lautsprecher gibt es in den Farben Schwarz, Grau, Gold und Rosé Gold und sie liegen preislich bei 24 Euro. Dann kommen wir zu den GBL Charge 4 Lautsprechern. Auch diese liefert einen gewaltigen Sound mit starkem Bass und ist ideal für jede Party zu Hause oder auch für Outdoor im Garten geeignet. Du kannst hier dank dem eingebauten USB Port dein Smartphone aufladen lassen. Die Box ist auch wasserfest und hat zudem eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Die GBL Charge 4 ist in den Farben Pink, Schwarz, Blau, Gelb, Grau, Grün, Petrol, Rot, Sand und Weiß erhältlich und sie kostet 129 Euro. Als letztes haben wir jetzt noch die ZAMKOL Lautsprecher. Auch ein idealer Lautsprecher mit 360 Grad Sound um zu Hause oder bei Aktivitäten draußen im freien, guten Sound zu genießen. Du hast hier insgesamt eine Wiedergabezeit von 6 bis 8 Stunden. Da die Box auch wasserdicht ist, kannst du sie mit in die Dusche, an den Pool oder Strand mitnehmen und brauchst sie auch bei Regen nicht zu befürchten. Auch vom Design her ist die Box ein Hingucker. Die ZAMKOL Lautsprecher gibt es in den Farben Schwarz, Petrol und Rot und sie liegen preislich bei 49 Euro. Und hier hast du jetzt noch eine Übersicht der Boxen, jeweils mit den zugehörigen Preisen. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Dann bleibst du auch immer rund um die beliebtesten Technik-Bestseller auf dem neuesten Stand. Schreib mir auch unten in die Kommentare, welche Box dir persönlich am meisten gefallen hat. Das wird sicher auch andere Zuschauer interessieren. Ansonsten kannst du dir hier noch die Videos mit den besten In- und Over-Ear-Kopfhörern anschauen. Da gibt es schon sehr gute Modelle für angemessene Preise. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!